Mercedes-Benz ist seit den 80er Jahren ein wichtiger Partner des internationalen Golfsports, also seit über 35 Jahren. Golf ist und bleibt unsere wichtigste internationale Sportaktivität. Wir haben ja in 2013 schon einen Designwettbewerb ausgerufen für das Design eines Golf-Cards. Wir haben phänomenale Responses gekriegt, ganz tolle Zuschriften und Vorschläge und Designs. Ziel des Designs war das coolste Golf-Card ever zu gestalten. Das Schwierige am Golf-Car sind die Proportionen. Ein Auto sollte eigentlich flach und breit auf der Straße stehen und ein Golf-Car ist natürlich ein bisschen höher. Sehr besonders in der Mercedes-Benz Golf-Car ist die Front. Die Front ist das Gesicht des Fahrzeugs. Wichtig war uns die Gestaltung der Scheinwerfer. Die Scheinwerfer haben nun unglaubliche Tiefe und auch einen Juwel-Charakter mit wunderschönen Chromeinlagen. Wir arbeiten auch mit 14-Zoll-Rädern. Das ist extrem groß für diese Klasse von Fahrzeugen. Und dadurch schaffen wir einen sportlichen Charakter. Ich glaube, dass unser Slogan A Real Sports Car einfach auch mit einem Augenzwinkern kommuniziert, dass es sich um ein echtes Sportgerät handelt, was auf den Golfplatz gehört. Ein wachsendes Segment der Sportmobilität wird hiermit erfüllt. Die relevanteste Innovation, würde ich sagen, im Golf-Car ist die Digitalisierung. Wir haben ein zentrales Display, worüber Sie alle Funktionalitäten des Golf-Cars steuern können. Wir haben hier einen Sternkreuzer im Vergleich zu den ganzen anderen Produkten, die derzeit in der Golf-Cars-Industrie unterwegs sind. Sensationell. Mercedes-Benz. The best or nothing.